Gondor kann nicht bestehen. Ein wahrer Meister ist der Hexenkönig. Gondor ist der Hexenkönig. Gemeinsam dienen wir den Hexen. Gehen wir den Hexen. Gemeinsam dienen wir den Hexen. Gehen 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 wir den Hexen. Es ist also wahr. Du hast mich getötet. Und dennoch lebst du. Wie fühlt sich das an, den Tod zu überlisten? Spürst du den Schmerz? Leidest du? Was ist mit der Stadt? Mit dem Palantir? Die Nazgul haben sich beides genommen. Sie gehören jetzt dem dunklen Herrscher. Ich habe versagt. Du musst weiter kämpfen. Sie trägt das Licht Galadriads. Wir können den Ring zurückholen. Euren Ringen haben wir all das zu verdanken, Elbenherr. Ihr könnt ihn sehen. Ich sehe ihn. Wer seid ihr? Ich bin die Klinge Galadriels. Seit wann lässt sich Galadriel mit Assassinen ein? Manchmal heiligt der Zweck die Mittel. Das solltet ihr doch am besten wissen. Erzähl mir mehr von diesem Ring. Mit ihm wollten wir Sauron bezwingen. Aber wir verloren ihn an Kankra. Die Nazgul werden die Macht des Rings spüren. Er darf Sauron nicht in die Hände fallen. Das Licht Galadriels gibt es uns! Schweig still! Mein Licht wird uns beschützen. Doch ich gebe es niemals her. Wir müssen uns beeilen. Versuch Schritt zu halten. Komm, Waldläufer! Komm schon! Los! Kämpf weiter! Wir müssen den Ring bekommen. Wer weiß, wie viele Nazgul der Hexenkönig gesandt hat. Sie dürfen den Ring nicht bekommen. Können die Nazgul die Macht Kankras brechen? Gemeinsam ist ihre Kraft immens. Selbst Kankras Brot fürchtet die Nazgul. Fürchten wir. Verschneid auf! Wenn die Nazgul Kankra meinen Ring entreißen, ist alles verloren. Kankra besitzt die Macht des neuen Rings. Daran musst du mich nicht hängen. Denn so mächtig mein Ring auch ist, die Nazgul besitzen ihre eigenen. Unsere einzige Hoffnung ist das Licht Galadriens. Und es soll uns schützen. Doch nur meine Hand soll es führen. Sie fürchten sich. Wir müssen sie nicht bekämpfen. Wir müssen Kankra... Wir sind fast da! Mach dich bereit. Und weiche nicht von meiner Seite. Kankraen Schau! Riku! Warum? Opfer müssen gebracht werden. Wieso jetzt? Nimm den Ring. Führe deine Armee. Dein Pfad wird sich dir zeigen. Der Ringgeist ist fort. Du musst diesen Ring zerstören. Er gehört jetzt uns. Ihr werdet eurem Ruf gerecht, Celebrimbor. Dieser Ring ist anders. Mit ihm können wir Sauron bezwingen. Ich richte Menschen, die im Bann dieser Ringe stehen. Du willst nicht enden wie sie. Wenn die Zeit gekommen ist, tue ich, was getan werden muss. Vielleicht. Du solltest von hier verschwinden. Die Ringgeister kehren wieder. Das tun sie immer. Wir werden uns wiedersehen. Du solltest von hierher. Das könnte das Fernsehen sehen. So. Das ist die Frage. Du solltest von hierher. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020